ja und hallöchen popöchen zu einer neuen folge let's play fest ja ich musste mich erst mal wieder an die steuerung gewöhnen wir waren hier eigentlich schon weiter ich muss mal kurz nach der steuerung schauen fest der kleine komm ist hier pennt wieder so hilfe und optionen steuerung schauen wir mal nach links drehen wegen falltaste okay dann habe ich das doch richtig im kopf dann spiel fortsetzen ist aufstehen immer mal wieder hier rein aber hier hat man eigentlich schon alles dann gehen wir wieder rein mal luki luki machen hier 28 uns fehlen uns hier noch höhere ne da kommen wir nicht vorüber und hier hoch sonst gibt es ja nichts mehr immer wieder rein wir waren doch letztens schon weiter hat sie noch nicht richtig gespeichert gehabt war nee hat es nicht so ein mist aber auch dürfen wir die ganze kacke noch mal machen so ein mist und hoch mit dir komm es so teil nummer eins und hoch jo tada tada dann werden sie sich miteinander verbinden und du fliegst in die ewige schlucht hier wir irgendwo noch teile teile hallo ich hätte gedacht wir hatten irgendwo hier unten noch ein teil machen wir mal hier luki luki ja jetzt kann lustig werden ok kletter mein freund kletter 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 was das zeug hält und hoch mit dir so ach das ist auch so ein würfel teil hier form kleines würfelchen kommen wahrscheinlich wieder nicht hoch muss man das so machen das hier hoch kletter geht doch geht doch muss man gucken wenn man hier hochkommt da kommen wir nicht hoch man so eine kürze hier ich habe ehrlich gesagt hier kommen wir rüber so wie habe ich das gemacht komisch kannst du sie verschieben und du kannst mit wichtigen du kannst sie vorsichtig ablegen ok hallo du kannst ja 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 laber mich nicht voll laber mich nicht wollen nein scheiße scheißen drück zu wieder da hoch klettern wegen der kacke kiste hier man ja das ist halt wenn man eine zeit lang nicht spielt vor allem ist es blöd ist das hier nicht gespeichert hat es kackt mich ehrlich gesagt ein bisschen an ach guck mal einer an guck mal eine an aber ich würde sagen wir holen und erst mal die kiste hier oben schön schatz habe ich doch gemacht ich glaube ich bin gerade ein bisschen zu blödes zu kapieren äh 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 control äh 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 jetzt habe ich es geblüht äh 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 die äh äh Ja, in die andere Truhe werde ich nicht rankommen. Glaub ich nicht. Piu, piu, piu. Ui. Da bin ich tot. Bin ich getötet worden? Schaue ich jetzt. Piu, piu. So, haben wir irgendwo noch ein Teil? Nö. Nein. Scheiße. Och, manno. So, jetzt probieren wir das nochmal. Da. Ja, hallo. Ich will mich echt verkacken hier. Ah, jetzt Zelle. Jetzt Zelle. Äh, 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 äh. Ein bisschen zurück. Äh, äh, äh. Äh. Pau. Yay, sie ist offen. Sie ist offen. Keinen Geheimgang. Ah, sie. Das ist aber schon ein Geheimgang. Ist eigentlich hier drin. Waren wir hier schon? Ja, ich gehe erstmal in den Geheimgang. Erstmal in die Geheimgang. So. Das ist blöder. Und rein damit. Alles mal wieder. Ja. Jetzt in die Geheimgang.